Hallo, ich bin die Erna Jethasen und unterrichte Hackbrit und Zitter. Dazu brauchst du keine Vorkenntnisse und kannst ab fünf oder sechs Jahren bei mir Unterricht nehmen. Wenn du kein Instrument hast, dann kannst du von mir ein Leihinstrument ausborgen. Ich würde mich freuen, wenn du mich in der Musikschule Krebs besuchen kommst. Untertitelung des ZDF für funk, 2017